In der russischen Stadt Kazan ist eine US-russische Journalistin festgenommen worden. Die in Prag lebende also Kurmasheve war bereits im Mai wegen eines familiären Notfalls eingereist. Im Juni wollte sie wieder ausreisen. Vorher wurde sie allerdings vorübergehend festgenommen. Sie habe sich nicht als ausländische Agentin gemeldet. Sowohl ihr US- als auch ihr russischer Pass wurden beschlagnahmt und sie bekam ein Ausreiseverbot. Am Mittwoch wurde die Journalistin erneut festgenommen, der Vorwurf. Kurmasheve habe im September militärische Informationen über russische Aktivitäten für das Ausland gesammelt. Nun drohen ihr bis zu fünf Jahre Haft. Ihr Arbeitgeber, der US-finanzierte Sender Radio Free Europe Radio Liberty, fordert ihre umgehende Freilassung.